assalamu alaikum youtube es ist ein uhr nachts und wir sind auf die idee gekommen ein türkisches kulturzentrum wir nennen uns türkische kulturzentrum digga doch das gefällt mir türkische kulturverein e.v. so nennen wir wir gehen jetzt in pro clubs rein und somit wird der erste türkische kultur eröffnet in fifa 24 gegründet ich mach türkische ea die berliner bärfeier ich irgendwie ja ich nehme das ernst ne ich nehme das persönlich alles was hier passiert ist ernst wer denkt das ist ein spiel der hat noch die möglichkeit die mannschaft zu verlassen okay ich möchte als trainer noch einige ergänzende worte sagen wenn jemand dieses spiel diese mannschaft nicht ernst nimmt haben wir noch ewig personen im warteraum die alle hier warten eingewechselt zu werden jeder nimmt das zu 100 prozent ernst es fängt schon bei eurem trikot an wenn ihr eure trikots über eure hose habt dann geht ihr jetzt in eure spielereien und macht die trikots in eure hose ich möchte disziplin von anfang an wir werden mit disziplin spielen ich möchte keine penner sehen oder sonstiges ihr zieht schön das trikot in die hose wir vertreten hier nicht nur nicht nur spaß wir vertreten wir sind türkische von ea und wir werden die leute mit disziplin jetzt wäre noch ganz gut wenn sich jeder kurz so mal so vorstellt wie jeder in game heißt um einfach nur meine übersicht zu haben einfach die nummern bruder wir haben die nummern jeder jede nummer ist eine stadt wir fangen an vom torwart linksverteidiger soll anfangen sie was elizek ist aber der nummer elizek ist sie was elizek ist weiter keine an takaria 54 sakaria 54 weiter barton 74 barbot 74 weiter warten bruder barton 74 weiter erzenzern 24 24 24 24 uchar 64 da k7 charo karnos indien 65 mei mersen 33 da ultra ist dann kennan 76 rechtstatt türtrich durch 76 riese elizek salam 05 amasscher 05 amasscher heide und jimmy unser Der albanischer Bruder, für welches Volk kämpfst du? Welche Nummer? Melke, 29, kümischer, ne. Stark, mein Bruder, stark. Alter, Brat, der Junge, Krieg, Digga, ich sag doch, Digga. Robert, du hast schon direkt verkackt in meinen Augen. Du spielst mit deinem Stürmer-Setup. Du hast 40 Verteidigungen als Innenverteidiger. Du hast direkt verkackt schon. Robert, hast du aufgeregt, ja. Treffst du beweisen? Ey, Wollum, was spielen wir an, Wollum, die Gegner machen? Sag mal, ich höre. Ja, Wollum, ich spielen auf... Fünf Leute spielen auf PC, sechs auf Playstation, einer auf Xbox. Xbox, Xbox, wie willst du dort Lobbys finden? Xbox. Robert, du hast mich ge***t, ja, Wallah. Wallah. Guck, wer... Oh mein Gott, Männer, ey. Es ist so weit, Männer. Es ist so weit. Es ist so weit. Oder wenn wir hier verlieren, ich löse Mannschaft aus. Boah, kommt schon, Männer. Stark. Stark, guck mal, nur Kanaken mit Vollwart in unserer Mannschaft. Ey, was sollst du dir, meine Kamera? Oh mein Gott, meine Kamera. Oh mein Gott. Jungs, deck die Männer. Ja, das kann ich... Komm, er deckt alle diesen Peach hier. Diesen Peach hier. Diesen Peach, den Dings. Ja, genau. Einer kurz, einer kurz, einer kurz. Genau, D. Ach, der, der kurze Spot, Digga. Press, 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 press. Ja, gut, Männer, komm, Männer, komm, Männer, schneller. Ich mach runter, ich mach runter. Ich mach runter, ich mach runter. Ich mach runter, ich mach runter, ich mach runter. Mach rein, mach rein, mach rein. Sauber, sauber, ganz schön. L1 rein gedrückt. L1 rein gedrückt. L1 rein gedrückt. L1 rein gedrückt. Nummer 33, beim nächsten Mal, pass auf, das hätte absetzt werden können, Digga. Ja, genau. Sehr stark, Männer. Sehr stark, Männer. Sehr stark, Männer, ey. Junge, ey. Wir sind stark. Zweite Posten. Ah, hinten absichert, Männer. Ja, sauber, sauber. Sauber, sauber. Sauber, Männer, stark, Männer, ey. Ich würde mir jetzt auch sagen, wir geben mal Gimmi kurz die Chance, ne. Soll ich auch mal kurz ein Spiel mit spielen, ne. Ich glaube wir haben einen Raid. Amo, auber, mein Bruder, danke dir. Richtiger Zeitpunkt, wo du gerade mich raidest. Salamu alaikum an jeden neuen Zuschauer. So, Leute, wir brauchen noch einen guten Torwart. Mo, wenn du Torwart spielen kannst, du bist herzlich willkommen. Jaja, krass. Er will den Weltmeister, er hat einen Hund gemacht einfach. Hier, er kommt. Mo ist Torwart, Junge. Mo macht das Spiel von hinten. Nein, niemals. Nein, Mo kann nicht ins Tor, wo er unmöglich ist. Nein, Mo gibt einen Dings. Okay, komm, glücklicher Kulturverein hat den Weltmeister einfach kurz unter Vertrag genommen, Digga. Yo. Yo, Mo, was geht ab? Ich muss dir erstmal hier Enigellas Verein kündigen. Die werden dich hofft, du heile. Boah, die haben verkauft, ja. Ey, Digga, das darf nicht an die Öffentlichkeit geraten, Digga. Ja, das ist ein KI von Mo. Einverlassen oder ich komm nie wieder rein. Ja, jetzt werden die Kritiker uns haten, ne. Die sagen, ja, ihr habt Geld investiert, habt Weltmeister und so geholt. Aber damit muss man klarkommen, Leute. Zweites Spiel direkt schon, stehen wir negativ in der Presse. Aber das sind die Hater, ne. Was willst du da machen, Bruder? Die gönnen das natürlich nicht. Aber damit sind wir cool, Digga. Damit sind wir cool. Wir haben sozusagen Bechtas gerade den Tadisch weggeklaut. Mo Ova ist jetzt bei Türke, hat dafür Elis einverlassen. Oder mehr Gehalt, weißt du? So, Digga, so. Wir haben saudi-arabische Sponsoren, ne. Okay. Alla Männer, alle wieder fokussieren. So, der Druck ist hoch, ne. Die Kritiker sagen, ja, Weltmeister dabei. Die sagen, Geld ist nicht alles. Jetzt ist dein Sieg noch wichtiger. Unsere Verteidigung. Wo seid ihr? Jetzt? Ihr, vorher, Bruder, da musst du sparen, Digga. Da musst du vorher schon sparen, Digga. Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr? Alles gut, Männer. Ey, komm, komm, weiter, weiter. Mach den Ach mit. Jawohl. Ja, Männer, komm. Komm. Da will ich, Leute. Als Zehner mache ich den Vorstoß. Icardi. Icardi. So, Jungs, kommt jetzt, bitte. Ich muss den Trashen, Alter. Aber wo kommt denn noch? Leute, 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 Leute. Wie das geht, Jungs? Ihr müsst verteidigen, ja? Alle Innenverteidiger mit 85 Bewertungen. Kicken wir bitte Freundschaftsanfrage auf Discord mit Beweisfoto. Wir brauchen gute Innenverteidigung. Rot auf Rot, schnell, direkt. Ey, Ref. Leute, das läuft so nicht. Das läuft so nicht. Wir müssen in Mittelfeld. Verteidigung, ich sag gar nicht, Digga. Das geht gar nicht, Jungs. Entweder ihr rafft euch oder ich raff euch, Digga. Irgendwas muss da passieren. Stark. Ja, mach ihn. Mach ihn, ey. Was soll das, Alter? Schicksrichter. Alles gut, mein Ei. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir haben noch genügend Zeit. Wer ist linker Flügel? Ich. Linker Flügel bin ich. Oder meinst du linker Verteidiger? Lass mal am besten tauschen, weil ich bin linksfuß, links besser. Ich bin auch linksfuß, ja. Bruder ist Weltmeister, bitte. Ja, diskutiert mit Weltmeister, ja? Ey, wir brauchen elf neue Spieler, Leute. Elf neue. Ey, Digga, das war's mit dem Verein, Junge. Der ist ein schöner Einsatz. Bruder, ich verstehe das nicht, Digga. Bisschen ruhiger geworden im Discord jetzt nach dem Spiel. Ja, das ist die Situation. Also, ich sag dir ehrlich, ich nehme an der Postkonferenz lieber nicht teil, Digga. Weißt du, was mich am meisten triggert? Das ist die ganze Hinterreihe, dass da nicht ein Playstation-Zeichen ist, Digga. Und zweitens, die PC? Bruder, der eine spielt auf Gamecube. Der eine spielt auf Handy. Wir spielen gegen die Engländer. Jungs, das ist ein persönliches Spiel, Digga, gegen Engländer. Jalla. Das ist was Persönliches, Digga. Digga. Oh, Jungs, 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 Jungs. Wir sind alle viel zu klein, ja. Hoppa. Stark. Direkter Schuss, Bruder. Schuss, Männer. Schuss, Männer. Schuss, Männer. Ich hausche, er hilft mir, der FV sofort. Bruder, was hat die Situation mit dem Bot hier zu tun? Guck mal, wie er verkackt hat. Das hat nichts mit dem Bot zu tun. Den, den du nach vorne getan hast, der kann nicht vorne spielen, Bruder. Er hat keine Ausdauer mehr, Amunakoyim, ja? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ja, mach ihn. Primo. Junge, das hat mich gelb bezahlt, Digga. Amunakoyim, Pay to win, bringt was. Das ist ein Unterschiedsspieler, ey. Das ist Qualität, Junge. Er darf machen, was er will, Bruder. Du machst jetzt 4-2-2-2. Ich und Moe, Sturm. Du machst diesen Nutten in die rechte Verteidigung. Mach aber, cpu, hinten bleib'n safe, dieser rechte Tiger da. Du bist 6er und mach H7 auf Rf. Ne, ja, L-U-M und L-U-M. Ja, R-U-M, okay, hast du so gemacht? Das ist 4-2-2-2-2 jetzt. Ja. Okay, Moe, die beiden sind Spitze. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Ich kann das nicht. Was suchst du da, Ahmed, ja? Wie, was such ich da? Ich bin 6er und 5er. Was suchst du denn rechte Verteidigung, Bruder? Ey, ich krieg' gleich meine Macken. Batu, was machst du da, ja? Bruder, ich muss doch ihm helfen. Was soll ich machen, wenn da kein... Bruder, bist du Verteidiger oder was? Was soll ich machen, wenn er frei ist? Soll ich ihn freilassen oder was? Du bist in Z-2-M, hier ist nix, Bruder. Er ist aber frei. Er ist frei. Nein. Mann. Bruder, aber wir haben auch scheiß Tor kassiert. Egal, Männer, nächstes Spiel. Ey, gib mir mal Kaffee, ich kann das nicht mehr. Zellamm, meine Liebchen. Bruder, du bist auch ein guter Torwart, oder? Ja, ich hab ja auch Skilled Games geteilt, Jungs. Jetzt haben wir auch einen professionellen Torwart. Jalla, Jungs. Schau, Männer, wieder fokussiert. Ich bin Sechster. Oh, super, super, super. Super, super, super. Sehr geil, Männer. Sehr geil, Männer. Starke Flanke, weiter geht's jetzt. Jalla, komm. Sehr gut. Kennt ihr Airlines Ernst-Reich-Pässe? Jo. Die kommen richtig gut. Ja, aber die gehen nicht so gut mit diesen... Er weiß wieder besser als Weltmeister. Er weiß besser als Weltmeister, ja, ich kann das nicht mehr. Boah, Farty. Boah, Farty. Jawohl, scheiß Amos. Oh, ey, stark gehalten, Bruder. Ey, stark gehalten, ehrlich. Bruder, da kannst du nichts machen. Gegenseitig zu Brotten-Männern. Äh, weil ich war geschockt jetzt. Dritte Stellungsspiel war ein bisschen... Bruder, das sieht doch nicht gut aus, so. Der Typ ist... Ja? Kannst du keinen flachen Pass spielen? Wo gab's dort Option, Junge? Kannst du aber keinen flachen Pass spielen? Merd. Da gab's keine Optionen. Ich bin wieder außen. Ich lebe Qualle. Ja, Junge, Alter. Ah, Rekko, Rekko. Stark. Koppel, zwei Flanke. Mach ihn. Sauber. Boah, Junge, ey. 30 Spiele spielen, Bruder. Sauber. Spiele gibt's nicht mehr. Mach ihn. Du musst dann, wenn du Punkte hast, Playoffs machen. Achmed. Wie sieht sogar aus wie du, Digga. Ja, Jungs. Ja, ich spiele dann. Achmed hat, glaube ich, die Mannschaft gegründet, um sie gegen die Wand zu fahren, Digga. Glaubst du nicht an uns, oder was? Oder Aufstieg ist drin, ja? Bruder, bitte, unser Rechtsverteidiger heißt Notennamen auf ihm, ja? Wie kann man sich so nennen, Digga, wie kann das? Wir haben ganz sehr gut gespielt, Jungs, jetzt noch mal so. So, Jungs, Position halten. Jalla, jalla, komm, Männer, komm, Männer. Bruder, bei mir haben beide Trikots eine Weiße am Sitzel. So, du musst ein Auge zumachen, Bruder, dann siehst du, du denkst, ich habe. Sag doch mal. Nein, ey. Ey, Taubat, warum fängt der nicht, Mann? Bruder, Walla, keine Ahnung, ja. Hä? Ja, jetzt, deiner. Oh mein Gott, grün sogar. Ja, achmed. Ja, achmed. Ich bin die Hater, achmed. Ich bin die Hater, Junge, rede. Ich kann dich. Benni, sieh. Äh, äh. Bitte, bitte. Ja. Ja, müsst ihr machen, müsst ihr machen. Super, super. Nein, 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 nein. Da hat sich das Geld gelohnt, Digga, ich sag euch ehrlich. Digga, er ist gut. Du hast nur deine Storms zum Schreien gebracht. Scheiße. Ja, was ist da, Junge? Du bist der Mann. Maximal Angst. Fisch. 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 Stark, Trockbar. Wirklich, Trockbar, ja. Stark, mach ihn. Mach ihn, mach ihn. Weiterspiel, Männer, weiter fokussiert bleiben. Oh, verteidigen, Männer. Trockbar. Boah, er hat sich gehalten. Er ist nervös geworden, er hat den Ball weggeschmissen. Achmed, halt den Ball, halt den Ball, ja. Oben, sauuuber. Geh, 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 Meister. Oben, sauuuber. Öfflein, oh mein Gott. Ich kann das nicht. Ey, was machst du mit Melle lang? Ich kann das nicht. Ey, die Flaggen sind nice, Digga. Oben, ich bin da. Nein. Junge Nutten, du bist gut, Digga. Stark, er ist es. Oh mein Gott. Sauber. Alter Falter, leckumio. Schade. Stark. Außen wir jetzt an. Genes Stark, Genes gut. Sehr gut, Männer, sehr gut verteidigt. Jalla. Alles klar, gut, sehr gut. Boah, Junge, lass aus, Digga. Oh Allah, wir reden nicht mit dir. Junge Stark, Digga. Und die Cardi mit einem Head-Trick. NSG, NSG. Lauf, du machst das nicht. Jalla, zweite Pfosten haben wir nach ihm. Betinho? Ja, der ist es. Oh mein Gott. Er hat vor Panik seine Mute-Taste aufgehoben, Mann. Kein Absatz. Sauber. Ey, ey, ey. Ey, Tyree, ey. Ey, Tyree, ey. Ey, Tyree, ey. Ines, komm, mach alleine Ines. Ines, du Penis. Ines, du Penis. Ines, Allah. Alles gescheuert. Da kannst du mal, Ines. Ich ändere meine Meinung, Bruder. Schieß nie wieder, ja. Bruder, ich bin tot. Ich bin tot. Ey, Digga, er hat sich bewiesen, Digga. Ey, ich kann das nicht. Ey. Enes, Ruhe dich aus, Bruder. Ruhe dich aus, Digga. Der Ruhe ist da. Der Ruhe ist da. Der Ruhe ist da. Der Ruhe ist auf dem Nase. Er hat ein Blut geleckt, Allah. Er hat ein Blut geleckt. Junge, unser Torwart muss auf Sturm, ja. Ey, Torwart, komm raus, mach ein Tor. Direkt, oder direkt. Ey, Torwart, komm, renn einfach nach vorne. Komm, komm raus, komm raus, komm raus, schnell. 6,8 Minute. Komm, 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 komm. Ja, ja, der ist da. Oh mein Gott. Arme nach vor ihm, Scheiße. Rennen nach hinten, lang. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Scheiße. Wir sind da, wir sind da. Wir sind da, wir sind da. Enes, 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 du bist da. Enes, komm, Enes, du bist da. Enes, komm, Enes, komm jetzt, Alter. Aller, stark. Mola, glaubt, Torwart. Enes, Enes. Ja. Das dauert nicht, Schrabben. Hier, hier. Ja, ja, der ist da, der ist da. Schieß einfach. Schieß. Einfach Torwart losen. Schieß. Wolle, ist so stark. Wolle, ist so stark. Wolle, ist mal aus dem Tor einfach. Ey, ich schlag einfach. Ich schlag einfach. Ich schlag einfach. Jetzt beginnt. Jetzt beginnt. Ey, das Spiel war nice, Digga. Das Spiel war nice. Dreck. Dreck nächstes Spiel, Jungs. Ach so, guck mal, jetzt ist Playoff. In drei Spielen müssen wir einen Sieg holen. Dann steigen wir es auf. Wie viel zwei ist es das? Ja, ich bin der offizielle Trainer, Digga. Ich war echt besser, Jungs. Wie, du bist der offizielle Trainer? Du bist Manager hier. Du unterstützt dich nur. Wie kann der Manager einen besseren Job machen, als der Trainer? Wie geht das? Du machst keinen besseren Job. Wir performen ja alle. Du stehst doch nur vorne rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir bringen die Bälle alle nach vorne. Oh, was er sagt. Wegen meiner Formation, Digga. Der Trainer spielt doch nicht auf dem Feld. Keine Fitna. Naja, die Viererkette hinten hat sich verändert, ne? Jungs, keine Fitna. So geht jede Kanakten-Mannschaft runter, oder? Boah, Jungs. Ja, Lacken und Trashen immer über die Außen, ja? Ist klar. Achbert geht nach vorne, ich dich ab. Oh mein Gott. Alter, Merd. Schief. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Steuern, ja? Was? Merd, mach ihn. Merd, mach ihn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Stark. Oh, richtig. Messier einfach, ne? Oh, oh. Ganz. Das kann man ausmeißen. Mach ihn. Bring die Hater zu schweigen. Scheiße, echt? Was hast du da gemacht, der Arme? Das ist maximal, was ein Start-Move das ist. Das ist geisteskrank. Ja, egal. Alles gut. Alles gut. Das habe ich mir richtig gemerkt, Wallah. Alles gut passiert. Einmal und das passiert nie wieder. Ja. Das passiert einmal und nie wieder, Digga. Geisteskrank. Was ein ekelhaftes Spieler. Bruder, wenn du Tor machst, ist es okay. Aber sonst? Nee, nee, nee. Geisteskrank, was ein Spieler, Digga. Also maximal. Hat Spaß, ne? Ey, Mo, mein Schatz, danke dir. Mo, danke dir, ne? Mach, Bruder. Bester Mann. So, Freunde. Ich bin jetzt in der Teambesprechung mit meinem Trainer und den Korrespondenten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ich weiß gar nicht. Wir können ja mal einen Tag ausmachen, wo wir immer Pro-Clush spielen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Spaß macht, dann lasst es uns bitte wissen. Dann machen wir weiter. Wenn euch das keinen Spaß macht, dann hören wir auch auf. Gra tease antes. Derto? T Aoilee, mach es sehr vorsichtig. Wie?